Well, Cuphead and his cowboy man, they like to roll the dice, by chance they came on devil's game and gosh they paid the price. Ich weiß, wo noch einer ist. Ich nicht. Ich schon. Aber trotzdem, das Spiel ist sowas von blind für mich. Und zwar, hier ist einer. Und zwar, jetzt kommt der absolut berühmteste Boss überhaupt. Carla Maria in Rauhsee. Okay. Man sollte sie, wer das Spiel schon mal gesehen hat, auf jeden Fall kennen. Arisa, diese Dings. Ja. Diese Meerjungfrau, da wird das sein soll. Richtig. Die ist es. Ja, die habe ich auch schon mal gesehen. Real high class. Da ist sie. Ja, genau. Juhu. Ich glaube, die schnappen wir uns. Ja. Aber man muss sich hier aufs Tisch. Das fängt schon mal gut an. Und das sie, sie, sie ist ein Stück Mensch, aber dann geht das voll auf Streit aus. Also gesehen wie die, wie die auf Streit aus ist. Den Fäuste gebeullt hat. Ja. ich wollte sagen wir haben auch ganz benutzen frisch als maschinengewehr bin tot nimm das kala maria ja du bist sowas von die waifu aus diesem spiel ich hatte fünf karten manche gerade was man überschreiten aber macht keinen schaden nein das wasser macht keinen schaden natürlich nur nach oben doch zweite phase ich kann mich versteinern das können medusas halt einfach wild alle knöpfe drücken ja wenn du versteinert bist ha ha invisible frames sie hat ihren körper verloren oh mein Gott ich bin in der letzten phase im ersten try wenn ich das jetzt schaffe im ersten try dann kann man echt sagen ich bin ein ich bin ein gott sagt dass ich ein gott bin ja ich bin ein gott mein gott ich hätte nicht gedacht dass es so schnell gehen würde zwei minuten 18 aber egal ein bus noch übrig ja ein bus ist noch übrig danach geht es ab ins finale mal schauen kala maria ja wir werden deinen seelen vertrag gut aufbewahren ja weil du bist unsere weibung genau genau so was der letzte da oben der hier einer der absolut schlimmsten bosse überhaupt der sagt irgendwie zu fast jedem ja der geister express entschieden storn ich saß so lange an diesem boss ey weil wenn wir diesen bus geschafft haben kommen wir weiter ja weil und wie du vielleicht gesehen hast du hast gesehen was dahinter war ne äh ne das casino ist dahinter weil unsere schulden beglichen ne noch nicht ganz pass auf diese ziegelsteine auf die wollen 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 unseren karren nach vorne befördern zudem hin ok das müssen natürlich mit allen mitteln verändern ich sehe gerade so ich war da auch im brüder war hier einfach so ist einfach freundlich gut gemacht ich wollte eigentlich ausprobieren wenn das macht ja halt diese steine die darunter fallen lassen bewegen halt unseren wagen oder wie das ist keine dresine das ist keine das ist keine dresine ich weiß nicht schon wieder voll ich habe immer noch so haben wir mal nicht das erste mal voll was wollen knall ihn ab dieser zug ist leider nur für tote aber das lässt sich einrichten wir wollen aber nicht mitfahren man sieht aber nicht so frustrieren aus wenn ich frage es jetzt doch es kommt noch eine eine phase die noch sehr viel schlimmer ist weil diese phase ist eigentlich im einzel spieler muss als ich jetzt gemacht habe relativ leicht weil ich ja die beiden köpfe schon mit meinem super duper angriff immer wieder aufschaltet ja wie sind es auch voll ja das ist doch so da kann ich ihn überhaupt treffen ja kannst du meiner hauern 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 ich war nicht getroffen also ja rechtzeitig schaffen wenn man auf der linken seite ist ja wir können den haaren hinten ganz leicht ausbreiten dann bleiben wir ein bisschen hier hauern 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 nein ich dachte ja ich bleibe ich dann in der mitte devient auf den schienen kann man nicht landen nennen weil wir uns ja wegen nein werden auf den kopf mit auf die tasse ich auch meine tassenfresse und schon wieder sein na denn steinig ist noch hat gibt es doch einfach nicht ich kann nicht ausweichen diese typen ich habe ihn so extrem schaden zugefügt er ist halt riesig und er ist doch schon nach diesem film werde ich nie wieder ein bier trinken bier ich ne 10 weiter weg gib ihn ich geb ihm ich habe es ihm nicht genug gegeben ich habe es ihm nicht genug gegeben der ist down also rein hp das ist intens und der ist down was ha ok jetzt sind wir bei der letzten phase hast du den gesehen? ja ok pass auf wir müssen dem schieß auf sein herz nein schieß auf sein herz nein danke thank you genau gleichzeitig getroffen ja fuck ok na go ich liebe den ansager ja der ist klasse ich bin gespannt ob unsere community sagt hier was heißt wallow ok da sind steinig gesehen hin das war es nein ich war es nicht der Stein war es in die Fresse und da wollte ich befreit nein ich würde mit deinem Superangebot lieber in der dritten Phase aufnehmen oh mein Gott nein Steine einer dieser Steine ne ne nein nein nur wenn ich was aber ich muss da links oder kann ich auch darauf auf dem Bildschirm los ist Wir müssen, bevor wir in Richtung Finale gehen, mal gucken, wie oft wir draufgegangen sind. Stimmt, über 300 Mal. Oh Gott. Mein Gott, ich habe den so schweren Schaden zugefügt. Er hat nicht getroffen. Er ist immer noch nicht down. Warum bist du noch nicht down? Er rutscht. Er war da. Na bitte. Geht aber nicht nur nach links. Ich nehme den Weg. Ah. 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 und eigentlich nur hier bleiben auch das war eine herrliche nacht zum spuken ok wir haben beide voll das wird sich gleich erst mal so ein nein so also kino 3 was sie gesehen wie ich den gesteuert habe ja das war dann cool er ist eigentlich gesagt warten wir noch mit dem handen griff natürlich auch keine speziale ich für meine verhältnisse hier lieber hier doch doch Das ist ein Sauna. Das ist ein Sauna. Das ist ein Sauna. Ja. Aber du hast ja noch einen. Ja, ein Leben. Oh! Wollte ich eigentlich treffen? Nein! Nein! Das ist jetzt so! Super! Wow! Wow! Boah! Nein! Thank you! Da muss ich jetzt mal zu Ende sein! Barek! Nein! Na, Gerd! Oh! Das ist besser als C's! Touché! Ja! Du Jean! Wir haben 18 Minuten erst! Na ja! Okay, wir haben den Geister Expressen hier im Vertrag! Hm! So! Sieh das an! Ja! Welcome! Casino Entrance! Trial Luck! Auch wie die Tintenfasselle! Ah! Schafft man noch einen? Nein! Das schaffen wir nicht! Das schaffen wir wirklich nicht! Das Casino ist ein riesiges Level! Das dauert lange! Ich saß da sehr lange dran! Wir haben mal einen Boss! Hier gibt es insgesamt 10 Bosse! Okay! Holen wir uns doch einfach unsere hier! Unsere letzte Münze! Ja, da können wir alles kaufen! Genau! Holen wir uns jetzt noch unser letztes Objekt unserer Begierde! Und dann würde ich auch mal sagen, beenden wir den Part! Ja! Das ist heute ein etwas kürzerer Part! Ja! Und dann geht es in den nächsten Part! Richtung Finale! Ja! Und dann ist das Spiel doch gar nicht so schwer! Guck mal, wir sind jetzt hier an einem Tag! Ja! Okay! Wir haben aber den Vorteil, dass wir zu zweit spielen! Okay! Mal sehen, wie lange das gebraucht hat, wenn du das allein Let's Play hättest! Ja! Ja! Wir stimmen sehr viel länger! Ja! Welcome! Welcome! Oh, Stammkunde! Yay! Goodbye! Goodbye! Wir kommen nie wieder! Wir könnten mal einen Blick auf unsere Folge mal gucken! Ja! Goodbye! Goodbye! Es gab, äh, es gibt ein richtig cooles Achievement, wenn man am Ende, da fragte ich der Teufel nämlich hier, äh, hier kommen, äh, Spiele mit mir an meiner Seite! Und wenn du das machst, dann kriegst du dafür ein Achievement! Okay! Okay! Aber dann ist es auch so, dass die Anfangsmusik, wenn wir im Titelbildschirm zurückkehren, rückwärts gespielt wird! Experte! Ja! Erlange einen Essraum! Ja, haben wir schon die Hälfte so ungefähr! Ja! Ja! Perfekt dafür! Und perfekte Lauf haben wir schon bekommen! Gut! Na gut! Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn es Richtung Finale geht! Ja! Okay! Dann wir sagen Tschüss! Und bis zum nächsten Mal! Bye Bye! Bye! And now they're fighting for their lies on a mission fraught with dread! And if they proceed but don't succeed, well, the devil will take their hands!